Herzlich willkommen im Freundenfinden-Podcast. Du kennst die Situation. Eine tolle Frau ist in deiner Nähe und lächelt dich an oder sucht das Gespräch mit dir. Aber was wir dann denken ist, da stimmt irgendwas nicht. Das kann nicht wahr sein. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Entweder reden wir uns dann ein, dass sie nur in der Gegend rumlächelt oder eigentlich jemand anders anlächelt oder vielleicht nur kurz mit uns redet, aber eigentlich an einem anderen Mann Interesse hat. Und wir verbauen uns die Situation aus einem ganz bestimmten Grund. Den Grund, warum wir uns diese Situation verbauen und warum dieses Phänomen nicht nur am Anfang des Kennenlernens ein riesengroßes Problem für Männer ist, sondern auch wenn du schon sehr gut mit Frauen umgehen kannst und dann tolle Frauen kennenlernst, aber immer wieder an einem bestimmten Punkt im Dating-Prozess nach ein paar Dates klappt es einfach nicht mehr. Ja, das wollen wir heute aufdecken. Also herzlich willkommen im Freundenfinden-Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, wie du wirklich willst. Und mit dabei unser Experte für Selbstbewusstsein, Dominik Vanave. Yes! Dieses Thema heute ist, wie du schon sagst, Andy, so essentiell, dass es nicht nur für Beginner, wenn du dich als Beginner empfindest, relevant ist, sondern auch, wenn du gerade in einer Beziehung bist oder schon einige Beziehungen hinter dir hast oder was auch immer. Also dieses Thema ist einfach so ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Thema. Deswegen lass uns keine Zeit verschwenden und direkt loslegen. Bevor du dich fragst, was hat Andy da eigentlich für ein komisches Hemd an? Es ist super heiß zurzeit. Verzeiht mir bitte, das kleine Schwarze, was ich sonst immer trage, werde ich nächstes Mal wieder anhaben. Du kannst mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob du denkst, dass mir ein kleines Schwarzes stehen würde oder nicht, oder ich einfach wieder meinen Sakko anziehen soll. Jedenfalls, was diese Podcast-Folge ausgelöst hat, ist eine Unterhaltung, die ich mit einem unserer Klienten am Donnerstag geführt habe. Und zwar hat der Sebastian etwas sehr Interessantes gefragt. Sebastian hatte nämlich die Situation, dass er weggegangen ist und dort eine Gruppe Frauen kennengelernt hat. Und er alle interessant fand, er fand sogar zwei dieser Frauen wirklich spannend und wollte sie gerne näher kennenlernen, mit einer von den beiden hat er dann Nummern getauscht und die andere hat sich dann aber die ganze Zeit an ihn geheftet und hat ihm ganz viele Fragen gestellt und wollte ihn kennenlernen und dann sind sie auf die Tanzfläche gegangen und dann hat sie ihn immer wieder ran sich gezogen und sie haben ganz nah aneinander getanzt und sie hat ihm immer wieder Sachen ins Ohr geflüstert. Und er hatte da die kleine Herausforderung, dass er nicht wusste, wie er mit der Situation umgehen darf, da er eigentlich an der Frau vorhin schon klare Interessenssignale ausgesendet hat, weil er mit ihr Nummern ausgetauscht hat und jetzt soll er mit ihr irgendwie so viel Zeit verbringen. Ist das dann nicht unfair, der einen oder der anderen gegenüber? Und worüber wir dann gesprochen haben, ist ein Kapitel, das viele Männer nicht denken, dass es existiert. Und zwar ist es ein wunderschönes Kapitel, das sich mega auszahlt zu erkunden, auf der Reise deiner persönlichen Entwicklung und natürlich ganz speziell in der Reise der Verführung. Und wenn du jemanden kennenlernst, wenn du dir auch Mühe gibst, nicht derjenige zu sein, der sich nicht weiterentwickeln will oder der immer nur meckert oder der sagt, ja, die Frauen, die sollen mich einfach akzeptieren, wie ich bin. Ich mache nichts, ich mache keinen Sport, ich trage überhaupt nicht zur Gesellschaft bei und sitze anderen auf der Tasche, aber ich bin trotzdem attraktiv. Los, wo sind die Frauen? Von diesen Männern sprechen wir nicht. Wir sprechen von den Männern wie Sebastian oder den Männern, die du hier hinter mir siehst, die einen Teil dazu beitragen möchten, dass die Welt ein schönerer Ort wird. Und das sind Männer, die nehmen sehr viel Verantwortung auf sich. Das sind Männer, die sagen sich, ich möchte ein Geschenk für andere sein. Sie machen das sogar so sehr, dass sie oft sich selber vernachlässigen. Das ist natürlich ein Thema, über das wir dann auch oft miteinander sprechen. Wie viel Selbstaufopferung ist denn gesund? Beziehungsweise ist Selbstaufopferung grundsätzlich jemals gesund? Wir wollen immer einen Win-Win-Ansatz anstreben. Denn wenn du zu kurz kommst, dann kommt sie auch zu kurz. Und wenn sie zu kurz kommt, dann kommst du auch zu kurz. Und das ist alles einfach langfristig gesehen. Deswegen funktionieren auch diese Pick-up-Strategien, die nur darauf ausgerichtet sind, dass du einen Vorteil hast und sie langfristig einfach nicht, um eine tolle Partnerin anzuziehen. Das funktioniert nicht für gesunde Beziehungen. Win-Win ist der Schlüssel. So, aber das nur als kurzer Exkurs. Wenn diese Männer sich Mühe geben und Mühe geben und auf Frauen zugehen und ihre Persönlichkeit erweitern und an ihrer emotionalen Unabhängigkeit arbeiten und immer attraktiver werden in diesem Prozess, dann landen sie irgendwann an einem Punkt, wo sie von Frauen angehimmelt werden. Und wo sie sich in einer Situation wiederfinden, wo die Frau auf einmal Interesse an ihnen zeigt. Das ist ja auch einfach die normale Entwicklung. Also dafür tun wir das Ganze ja auch. Und es wäre ja auch komisch, wenn wir so viel Mühe aufbringen, an uns arbeiten oder auch entsprechend einfach uns weiterentwickeln und dann auch keine Früchte ernten davon. Oder auch nicht sehen, dass das Pflänzchen, was wir gerade schon gesät haben oder schon lange gesät haben, nicht wächst. Das wäre ja komisch, oder? Richtig, richtig. Und du hast gerade wunderschöne Worte gewählt für genau den Vergleich, den ich aufstellen möchte. Denn dieses Kapitel, das ist Geschenke annehmen, Früchte ernten. Das, was du gesät hast, dann auch ernten. Und das ist ja das Verrückte, wenn wir es so gewohnt sind, uns immer wieder zu verbessern und die Verantwortung aufzunehmen, zu sagen, es liegt an mir, es liegt an mir, es liegt an mir, was sowieso grundsätzlich nicht stimmt. Es liegt nicht alles an uns. Wir haben zwar 100% Verantwortung für unsere Situation, aber wir haben nicht 100% Kontrolle. Das sagst du ja immer wieder, Dominik. Wir haben 50% Kontrolle über die Situation, aber 100% der Verantwortung. Und darin liegt eben auch sehr viel Entspannung, weil wir können es nicht letztlich jedes Mal so in die Wege leiten, wie wir es gerne hätten. Wir müssen auch akzeptieren, wenn etwas nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Gerade in der Verführung, wo jemand anders einfach mitreden kann. Und das ist ja das Geile daran, wo wir uns auch unsere Unabhängigkeit selber beweisen können, wenn wir okay damit sind, dass wir zum Beispiel von einer anderen Frau nicht gemocht werden. Oder dass es nicht zu einem weiteren Date kommt. Oder dass du mit ihr geredet hast und sie zum Lachen bringen wolltest, aber sie einfach keinen Deut, keinen Muskel im Gesicht verzogen hat und dich anscheinend nicht interessant genug findet. Vielleicht findet sie dich ja interessant genug, aber du hast jedenfalls nicht diese Reaktion bekommen. Dass du dann damit okay bist. In Gleichmut, in Leichtherzigkeit trotzdem weitermachen kannst. Und wenn du diesem Prozess vertraust, wenn du auf dieser Reise immer wieder neue Erfahrungen suchst und nicht versuchst, Ergebnisse herbeizuführen, sondern die Reise als Ganzes, als das Ergebnis betrachtest, dann wirst du auch viel mehr Erfahrungen machen. Der Mann, der die Reise liebt, kommt deutlich weiter als derjenige, der das Ziel liebt. Und dann werden Frauen auch irgendwann, nicht alle, aber Frauen werden dann irgendwann auch mal sagen, Mann, wer ist dieser Kerl, der so locker ist, der so attraktiv ist, dass er überhaupt nichts von mir braucht und trotzdem lächelt oder in die Tiefe geht oder mit mir flirten kann. Und dann, mein Lieber, dann bist du an dem Punkt, wo dieser ganze Krampf, den du vielleicht die ganze Zeit verspürt hast, von Selbstentwicklung sich auszahlt. Und wenn du dann immer noch denkst, das kann doch nicht wahr sein, ich muss doch hier immer noch was machen, dann passiert nichts. Das sind die Momente, wo die Frau dich verführen möchte. Und wenn eine Frau dich verführen möchte, dann brauchst du nichts weiter zu tun, als dich verführen zu lassen. Und genau dann ist es eben so hinderlich, wenn wir denken, naja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Weil, was Sebastian da berichtet hat, ist, dass er halt gedacht hat, das ist doch komisch, ist zu schön, um wahr zu sein. Irgendwie war er dann blockiert. Jetzt muss ich hier plötzlich auswählen. Genau, ja, er war dann blockiert. Das kenne ich so gar nicht. Also, in der Situation dann, mit einer komplett neuen Situation konfrontiert zu sein, hat ihn einfach komplett überfordert. Und das Schöne ist, es geht nicht darum, immer mehr zu tun, immer besser zu werden, immer krasser zu sein, sondern manchmal ist das Kapitel auch einfach nur, du darfst genießen, was gerade für dich geschieht. Und das ist nicht nur, wenn du mit Frauen tanzt, das ist auch, wenn die Arbeitskollegin dich anguckt und anlächelt. Wenn du noch gar nicht so weit bist in diesem Prozess, wenn du vielleicht noch nie mit einer Frau zusammen warst und die Arbeitskollegin dich gerade anschaut und anlächelt. Und du dann in dem Moment denkst, naja, aber da stimmt irgendwas nicht. Es kann ja nicht sein, dass sie mich meint. Sie denkt wahrscheinlich, ich hatte irgendwas Schönes gerade, irgendeinen lustigen Witz. Oder noch schlimmer, wir interpretieren es negativ und sagen, lacht sie mich gerade aus? Was stimmt mit mir nicht? Und davon sprechen wir immer wieder, wenn wir sagen, Geschenke annehmen. Sorry, ja, dieser Gedanke von, sie lacht mich bestimmt aus. Also, das höre ich auch so oft von Männern. Also, nicht unbedingt von, dass sie da über Frauen sprechen, so irgendwie, oh, die lachen mich aus, sondern, und das war bei mir damals auch in meiner Entwicklung so, also, was heißt in meiner Entwicklung, bevor ich überhaupt mich auf die Reise begeben habe. Ich habe so oft gedacht, dass irgendwie, wenn ich gerade irgendwie an Menschen vorbeigehe und die fangen an zu lachen, dass die über mich lachen. Und das ist, ähm, das ist so Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl zerstörerisch, weil, also erstmal, weil du einfach so ich-zentriert bist an dieser Stelle. So, wie ich da auch war an der Stelle. Ich war, ich war so, so unsicher in meiner Haut, dass ich einfach alles auf mich bezogen habe. Also, extrem egozentrisch gedacht habe. Und einfach nur, weil ich an Menschen vorbeigegangen bin und die angefangen zu lachen, angefangen haben zu lachen oder irgendwie, keine Ahnung, aus dem Weg gegangen sind oder sowas, habe ich gedacht, okay, die mögen mich nicht. Aber es gibt einfach eine Milliarde Gründe, die einfach nichts mit dir zu tun haben. Dass etwas mit dir zu tun hat, ist halt einfach nur ein Grund. Aber was ist denn, das ist, was irgendwie mit den Gedanken des Anderen zu tun hat, mit dem Unwohlsein des Anderen. Das sind schon zwei Gründe, die nichts mit dir zu tun haben. Das alleine sind schon mehr. Und diese Sorge, die wir dann einfach haben, auch dann die Frau, die macht sich lustig über mich oder sie ist einfach nur nett. Sie ist einfach nur freundlich, sieht mich einfach nur als netten Kerl, platonisch. Und das ist einfach, dass sie mich gerade anlächelt. Genau das ist ja das Zeichen dafür, dass sie mich gar nicht attraktiv findet oder mich in ihr kennenlernen möchte. Und das ist eine sehr komische Art und Weise, die wir dann machen. Also, da bist du nicht dran schuld, wenn du dich gerade wiedererkennst. Das ist nicht deine Schuld. Aber da kannst du gerade dein Ego entlarven, das dich davon abhalten möchte, dass du dich weiterentwickelst. Aber wenn wir uns da einfach wiedererkennen bei dem Gedanken, wie sie will einfach nur nett sein. Und das ist der Beweis dafür, dass sie mich einfach nur als netten Kerl sieht und gar nicht irgendwie als potenziellen, als Date-Material. Das ist eine ganz komische Art und Weise, wie wir dann unsere Beweise herauspicken, um einen Status Quo zu beweisen, den wir gar nicht haben möchten. Das ist doch komisch, oder? Du suchst dir Beweise für etwas, was du überhaupt nicht haben möchtest. Und das Schöne ist, du kannst es halt ändern. Aber da würden wir gerade jetzt zu früh, zu weit vorspulen. Ja, der Grund, warum wir diese Beweise suchen für etwas, was wir eigentlich nicht haben wollen, ist, dass es das Erstaunliche und auch Traurige, aber auch die Hoffnung ist die Realisation. Wenn du dich dann fragst, warum mache ich es dann? Dann liegt oft die Begründung tatsächlich eben doch darin, dass du es eben doch willst. Du suchst diese negativen Begründungen, weil sie dir Beruhigung geben. Sie geben dir die Erkenntnis, dass sich nichts geändert hat, dass du weiterhin im sicheren Bereich bist, dass Frauen weiterhin von dir nichts wollen. Und das bedeutet Sicherheit. Das bedeutet, es ändert sich nichts. Ich bin nicht auf irgendwas Neues vorbereitet. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn eine Frau mich mag oder wenn ich dann eine Frau auf ein Date ausfragen soll. Sie fragen soll, ob sie mit mir auf ein Date geht oder dann Interesse zeigen soll, ihre Hand nehmen, küssen. Ich bin total unvorbereitet. Ich kann das nicht. Lieber habe ich das, was ich schon kenne und suche Beweise dafür, dass sie kein Interesse an mir hat, weil diese Situation kenne ich wenigstens. Und das ist eine Überlebensstrategie. Erfolgsangst. Erfolgsangst. Also dahinter verbiegt sich die Frage, wer bin ich denn ohne mein Problem? Ich weiß wenigstens, wer ich bin mit meinem Problem. Da bin ich ängstlich, da bin ich schüchtern, da bin ich zurückhaltend. Da habe ich wenigstens diese Menge an Frauen, mit denen ich jeden Morgen aufwache. Oder diese Menge an Frauen, denen ich schreiben kann. Das ist wahrscheinlich null. Aber das kenne ich wenigstens. Aber wenn ich jetzt mein Problem verliere, jetzt wackelt meine Kamera hier gerade ein wenig, sorry. Wenn ich mein Problem verliere, dann ist das so extrem unbekannt für mich. Und das macht mir Angst. Das macht mir dann Angst. Das ist dann die Unsicherheit, die dann passiert. Und dann entscheide ich mich lieber für das bekannte Unglück, als das unbekannte Glück. Genau. Und deswegen sprechen wir immer wieder von Prozessorientiertheit. Weil das so ein Kernelement ist von deiner Entwicklung als Mann. Wenn du denkst, ich muss es jetzt gerade richtig machen, ich darf jetzt keine Fehler machen, dann wirst du blockiert sein. Dann sind die Chancen, dass du überhaupt in Bewegung kommst, ins Handeln kommst, die gehen gegen null. Weil einfach tausend verschiedene, aber tausend verschiedene Möglichkeiten in deinem Kopf dich zur Paradox of Choice zwingen. Und du sagst, ich mache lieber gar nichts. Das ist lieber das bekannte Übel, mit dem ich umgehen kann, als dass ich jetzt irgendwie etwas wage in das Unbekannte hinaus. Und dann einen Fehler mache, der dann vielleicht verheerende Folgen haben könnte. Aber wenn du den Prozess als Ziel nimmst, nicht diese eine Situation, den Erfolg, Niederlage dieser Situation, das ist ein Sandkorn verglichen mit dem ganzen Berg an Erfahrungen, den du noch machen wirst, dann ist es einfach egal, ob es jetzt klappt oder nicht klappt. Das ist einfach irrelevant. Was viel wichtiger ist für deine Entwicklung, ist diese Referenzerfahrung, weil sie ein bisschen mehr dir einen Erfahrungswert gibt. So funktioniert es, so funktioniert es nicht. Da hat mal was geklappt, da hat mal was nicht geklappt. Und das ist tausendmal wertvoller, als dass du jetzt dich weiterhin in Sicherheit wiegst und unbedingt alle nötigen Zeichen brauchst, dass die Frau dich auch wirklich eidesstattlich erklärt mag und dass sie auf gar keinen Fall jemals mit dir fremdgehen wird und dass sie auch alles voranschreiten wird, damit ihr zwei zusammenkommt und du bist dir ganz, ganz, ganz sicher, dass sie dich mag und nicht nur eidesstattlich erklärt, sondern sie hat dir einen Videobeweis gemacht. Ich mag ihn. Wenn ich auf ihn zukomme, dann ist das, weil ich ihn mag und es ist nicht, weil ich ihn auslache und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass er auf mich zukommt. Hallo sagt, das Gespräch beginnt. Selbst wenn du all das haben würdest, was du niemals haben wirst, aber selbst wenn du all das haben wirst, an einem bestimmten Punkt wirst du wieder an einer neuen Situation sein, wo du nicht den Beweis hast. Was machst du dann? Brauchst du wieder alle Beweise der Welt? Es ist einfach keine Langzeitstrategie. Es funktioniert nicht. Der einzige Leitfaden, der langfristig funktioniert, ist der langfristige Leitfaden. Such die Erfahrung und die Ergebnisse folgen. Ganz automatisch. Aber das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen den Männern, die dann kapitulieren und sagen, es klappt einfach nicht und diese eine Frau wollte mich nicht und ich habe schon zehn Frauen angesprochen und die wollten mich alle nicht. und den Männern, die sagen, Alter, ich habe zehntausend Frauen angesprochen. Es ist mir doch egal. Ich bin ein Geschenk für Frauen. Frauen sind ein Geschenk für mich. Alles, was ich möchte, ist mehr Lächeln in den Gesichtern der Menschen zu sehen und ich weiß, dass wenn ich dieser Philosophie vertraue, dass dann auch Ergebnisse bei rumspringen. Wo gehobelt wird, fallen Späne im positiven Sinn. und wenn ich super viel Geschenke mache, positive Geschenke verteile, das heißt, Positivität, Leichtigkeit, Witze am Arbeitsplatz. Es fängt ja schon an, dass du vielleicht einfach nur am Arbeitsplatz mal einen Kollegen fragst und wie geht es dir heute oder eine Kollegin fragst und wie war dein Wochenende. Diese kleinen Unterschiede, die stapeln sich, die stapeln sich, die stapeln sich und daraus wird dann irgendwann etwas, mit dem du zwangsweise an neue Situationen kommst, die echt schön und erfreulich sind und dann dürfen wir auch dieses Geschenk annehmen. Dann dürfen wir uns sagen, das Leben passiert für mich und was jetzt gerade geschehen ist, brauche ich nicht mehr viel machen. Die Frau wirft sich mir um den Hals. Ich darf jetzt einfach mit ihr mitgehen. Ich darf auf den Prozess vertrauen, dass auch das eine weitere Erfahrung ist, die wertvoll ist, ohne jetzt zu werten, ohne jetzt zu sagen, oh mein Gott, das ist die beste Erfahrung meines Lebens. No, es ist schön, es ist eine schöne Erfahrung. Aber alle Erfahrungen... Auch das geht vorbei. Ja, genau, richtig. Das ist die alte Philosophie. Und dann gehst du mit. Du wirst von ihr verführt und du entdeckst, wie schön dieser Tanz der Geschlechter und der Tanz der Energien, der Tanz der Verführung ablaufen kann, wenn du mal die Kontrolle abgibst und wenn sie mal die Kontrolle übernimmt. Und das bringt so viele kreative Möglichkeiten. Wenn du nicht weißt, wie du eine Frau küssen sollst, ihr seid auf einem Date, ihr seid gerade am Tanzen, ihr seid am Spazierengehen und du fragst dich, wie soll ich jetzt ihre Hand nehmen, wie soll ich sie küssen, wie soll ich das machen? Wenn du in dem Frame of Mind, sagt man im Englischen, also in der Denkweise gefangen bist von es liegt alles an mir, ich muss hier was machen und ich darf keine Fehler machen, dann kommst du auf keine wirklichen Ergebnisse. Dann helfen dir unsere Videos, dann machst du den Nicht-Kuss-Kuss, den du googeln kannst von mir oder oder oder. So, da gibt es Möglichkeiten, die du dann anwenden kannst. Aber was noch viel schöner ist, ist wenn du loslässt und du realisierst, hey, sie mag mich doch auch. Wie könnte ich denn das Ganze initiieren, sodass sie mich jetzt verführt? Was könnte ich denn da sagen? Was würde eine Frau sagen, die dir erlauben möchte, dass du sie küssen darfst? Wie würde sie dir diese Erlaubnis geben, dass du sie küssen darfst? Wie würde sie das formulieren? Vielleicht würde sie dir sagen, vielleicht würde sie stehen bleiben, dich angucken, deine Hand nehmen und dir sagen, du darfst mich jetzt küssen. Das wäre doch schön, oder? Wenn eine Frau dir das sagen würde, die du küssen möchtest. Stell dir vor, genau das darfst du auch als Mann ihr sagen. Du darfst stehen bleiben, ihre Hand nehmen, sie angucken, lächeln und sagen, okay, du darfst mich jetzt küssen. Wie cool ist das denn? Du drehst das Ganze mal auf den Kopf und die Rollen vertauschen sich und es ist super angenehm, weil es auch spielerisch einfach ihr die Möglichkeit gibt, jetzt ebenfalls zu führen oder dir zu sagen, ich, dich, du bist doch der Mann, du solltest doch mich küssen, was ist denn hier los? Und dann seid ihr in einer super spielerischen, kleinen, verführerischen, verrückten Fantasie gefangen und das Ganze führt immer lustiger in die richtige Richtung. Darauf kommst du aber nur. Dann hast du aber auch schon genau die Signale von ihr, genau die Sicherheit von ihr, die du möchtest. Eben dann, wenn du sagst, okay, du darfst mich jetzt küssen. Was? Ich? Wieso sollte ich denn? Ich bin doch die Frau. Genau das ist doch das Signal, dass sie das schon möchte, dass sie das vor 20 Minuten schon möchte oder wollte. Das ist halt so wie die alte Regel. Wenn du denkst, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sie zu küssen, war der richtige Zeitpunkt schon vor 20 Minuten. Du hättest schon vor 20 Minuten damit anfangen können. Ja, der richtige Moment, der fällt dir nicht in den Schoß. Es gibt nicht den richtigen Moment für den ersten Kuss. Der richtige Moment, der wird erschaffen. Der richtige Moment wird nämlich erst in Retrospektive erschaffen, wenn sie sich oder ihren Freundinnen, ihrer Familie, ihrer besten Freundin erzählt, und dann sind wir da gelaufen und dann hat er einfach meine Hand genommen und hat mich auf einmal geküsst. In der Geschichte, Retrospektiv, ist dann das ein schöner Moment gewesen. Es war der richtige Moment. In dem Moment, woher sollen wir das wissen, was der richtige Moment ist? Völlig egal, wie der Moment ist. Du erschaffst den Moment und so wird es der richtige Moment. Das ist total berückt. Wir denken, dass wir alles richtig machen müssen, aber noch nie in der Geschichte der Menschheit hat eine Frau gesagt, weißt du was, du bist ganz schön selbstbewusst, ganz schön attraktiv, bist auch unabhängig, leichtherzig, mega geil, du verstehst dich gut mit meinen Freunden, du hast auch schon mal meine Eltern kennengelernt, echt, echt, echt super. Das freut mich echt, dass meine Mutter dich mag. Und sowieso, du bist erfolgreich und du machst gern Sport und du gehst Radfahren, das ist so geil. Wirklich, ich mag dich so sehr, ich fühle so eine sexuelle Spannung zwischen uns und ich könnte mir vorstellen, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen, aber weißt du, als du vor drei Minuten, als es diese peinliche Stille gab, als du da diesen Witz gebracht hast und ich nicht gelacht habe, da hast du es leider verkackt. Das ist noch nie in der Geschichte der Menschheit passiert, mein Lieber. Wir dürfen aufhören, uns so einen Kopf zu machen, alles richtig machen zu müssen. Sie macht sich doch auch diesen Kopf. Sie ist genauso wie du ein Mensch und wenn sie dich mag, dann wird sie auch denken, boah, ich darf sie nicht versauen, ich darf sie nicht versemmeln. Wenn wir alle das denken, das ist auch dieses alte Sprichwort. Es steckt so viel Weisheit in vielen Sprichwörtern, nicht in allen, manche sind einfach Bullshit, aber viele Sprichwörter, wenn du da einfach mal mit Common Sense drangehst, dann steckt da so viel Weisheit da drin. Das Sprichwort, als ich in meinen Zwanzigern war, habe ich gedacht, die ganze Welt macht sich Gedanken darum, wie ich ankomme oder ob ich Fehler mache oder nicht. In meinen Dreißigern war es mir dann irgendwann egal, was die Welt über mich denkt. Und jetzt, wo ich ein alter Mann bin, habe ich realisiert, die Welt war die ganze Zeit gefangen in ihren eigenen Gedanken und hat sich die ganze Zeit nur überlegt, was sie denn alles falsch machen. Und diese Realisation, die dürfen wir jetzt schon haben. Mann, wir müssen nicht warten, bis wir alt und runzlig sind. Wir können jetzt schon diese Weisheit leben und sagen, boah, die Welt ist sowieso nur damit beschäftigt, ihre eigenen Problemchen im Kopf zu lösen. Nicht mal echte Probleme, sondern einfach nur Probleme im Kopf, Probleme, die fiktiv sind. Das ist nochmal das verrückteste überhaupt, verrückteste Phänomen, das es überhaupt gibt, ist, dass wir so viel Lebenszeit und Lebensenergie verschwenden, fiktive Probleme in unserem Kopf zu lösen, die es nicht mal gibt. Kein Wunder, dass du dann am Abend nach Hause kommst, komplett K.O. und du nur noch den Fernseher anmachen willst oder zocken willst, Musik anmachen willst und dann sagst, ja, ich kann jetzt nicht mehr, was soll ich jetzt noch für mich irgendwie an meiner Entwicklung arbeiten? Ja, weil du erschöpft bist und natürlich bist du erschöpft, weil du den ganzen Tag dir irgendwelche Probleme im Kopf gemacht hast und sie versucht hast zu lösen, die es nicht gibt. Boah, was sage ich dann, wenn der Kollege auf mich zukommt und das sagt? Und dann, okay, und dann werde ich das sagen und man, die Frau ist so schön. Oh, wie könnte ich denn da das Gespräch, oh nein, nein, das wäre ein Problem, das wäre ein Problem. Eigentlich sollte ich eine Gehaltserhöhung verlangen. Wie mache ich das denn jetzt? Na, das geht nicht und das, und dann wäre der sauer auf mich und dann bin ich sauer auf ihn und dann läufst du nach Hause und dann ist irgendwo eine Schlägerei und du denkst dir so, boah, wie würde ich wohl da umgehen? Würde ich jetzt dazwischen schreiten oder nicht dazwischen schreiten? Wie würde ich damit umgehen, wenn mich jemand attackiert? Und wir haben all diese Nonsense, Fantasien in unserem Kopf, die wir beantworten wollen und es ist kein Wunder, dass du dann keine Kraft mehr hast, um die Antworten zu finden für die Fragen, die direkt vor deiner Nase sind. Sie lächelt dich an, sag Hallo, lächelt zurück. Nee, die Kraft hast du dann nicht, weil du schon die ganze Zeit überlegt hast, boah, wenn das passiert, was mache ich dann, was mache ich dann, was mache ich dann? Die Antworten liegen manchmal direkt vor unserer Nase und es ist so simpel. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und leider ist das die Geschichte der meisten Männer, die zu uns kommen, die zu uns in der Charisma-Analyse sich wiederfinden und dann von uns eine Einschätzung möchten, wieso es denn bisher schiefgegangen ist und wenn wir ihnen aufzeigen, welche Fehler sie bisher gemacht haben, wirklich ganz explizite, spezifische Fehler, die sie in ihrem Arbeitsplatz gemacht haben, die sie gemacht haben unter Freunden, die sie gemacht haben in ihrer letzten Beziehung häufig, wo sie auch realisieren, ja, Mann, ich wusste, dass ich da was falsch gemacht habe, aber ich möchte jetzt wieder aufs Pferd drauf springen, ich möchte jetzt wieder anfangen, die Richtige kennenzulernen und wieder Erfahrungen zu machen und die Beziehung, die ist jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr oder 18 Monate her, ich weiß nur nicht, wie ich wieder anfangen soll, wenn wir ihnen diesen Leitfaden geben und genau aufzeichnen, guck mal, so und so und so und so, geht es voran für dich, dann, mein Lieber, dann kommt Hoffnung auf, dass es jetzt anders wird und wenn sie dann, wenn sie dann sagen, Andi, das ist mega geil, ich gehe das jetzt an, dann spreche ich oft mit denen, manchmal, weil sie bei uns im Coaching sind, manchmal, weil sie sich einfach nur ein paar Monate später melden, Monate später erkennen sie dann genau die Dinge, die sie ihr fast gesamtes Leben davor falsch gemacht haben und ab diesem Punkt, wo wir in der kostenlosen Charisma-Analyse miteinander gesprochen haben, sie dann einen Wandel in diesen Gewohnheiten umgesetzt haben und auf einmal können sie diese Momente, wo eine Frau dann auf sich steht, auch verwandeln. und sie sind nicht mehr im passiven Beifahrersitz des Autos, das irgendwo hinfährt und sie das Gefühl haben, ja, irgendwie passieren die ganze Zeit irgendwelche Sachen, ich habe die nie in Kontrolle gehabt und meine Eltern haben das entschieden und das entschieden und das entschieden und dann habe ich das studiert und habe das gemacht und das gemacht und jetzt hat sie sich für mich interessiert und dann, na gut, dann kam ich halt mit ihr zusammen, jetzt habe ich Kinder mit ihr und jetzt hat sie sich von mir getrennt und, 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 und. Ich war die ganze Zeit nur Beifahrer und jetzt realisieren sie, Alter, wie viele Möglichkeiten ich eigentlich die ganze Zeit schon hatte und dann nutzen sie sie und meine Lieblingskunden sind die Männer Mitte 50, die jetzt wirklich ihre zweite Jugend erleben und sagen, Alter, ich war noch nie so happy in meinem ganzen Leben. Das sind Geschichten. Ja, die machen. Richtig. Die machen, weil die Hunger haben, weil die sagen, jetzt reicht es mir. Ich habe keinen Bock mehr die ganze Zeit mir diese Zweifel im Kopf zu machen. Es ist einfach egal jetzt und dann kommt diese gesunde Egalhaltung, nicht die ungesunde Egalhaltung, die gesunde Egalhaltung mit einem lächelnden Gesicht, mit Leichtigkeit, mehr zu experimentieren. Oh, das ist ein schöner Begriff. Nicht Gleichgültigkeit. Unbekümmertheit statt Gleichgültigkeit. Das ist ein schöner Begriff. Die Unbekümmertheit, Unbekümmertheit ist eben genau diese Leichtigkeit. Also genau Egalhaltung mit Leichtigkeit statt Gleichgültigkeit ist halt dieses das cool sein wollen. Gleichgültigkeit ist halt so dieses Gefühl von Macht. Auch das haben wir schon mal drüber gesprochen, so dass auf dem, wenn die Reise zur emotionalen Unabhängigkeit eine Autobahn wäre mit dem Ziel, so Endstation oder letzte Ausfahrt vielmehr, emotionaler Unabhängigkeit, dann ist eine oder mehrere dieser Ausfahrten ist Gleichgültigkeit. Und viele Männer, die auf dieser Reise sind, nehmen dann einfach eine dieser Ausfahrten, weil Unbekümmertheit so aussieht wie emotionaler Unabhängigkeit. Es hat so den gleichen Geschmack, den gleichen Charakter, weil so plötzlich ist es uns ja egal, ob die Frau auf uns steht oder nicht. Aber nee, es ist halt nicht. Es ist halt einfach nur so der, die Verkleidung von gleich, also von emotionaler Unabhängigkeit. Es ist halt, aber im Kern ist es halt verrottende Gleichgültigkeit. Also nicht mal, also du kannst, die sind die Sachen halt nicht mal egal, weil dir ist ja diese Reise wichtig. Und wenn dir halt etwas wichtig ist, dann kann es dir nicht egal sein. Aber wenn dir etwas wichtig ist, kannst du unbekümmert da dran gehen. Unbekümmert heißt, dass dir der Ausgang dich nicht unbedingt kümmert. So dass du, du bist trotzdem noch leichtherzig auf der Reise. Und Gleichgültigkeit bedeutet halt so, also Sachen, die dir gleichgültig sind, zähle zehn Dinge auf, die dir gleich, zähle eine Sache auf, die dir egal ist. Kannst du nicht, weil du keine, weil die Sachen, die dir egal sind, sind nicht emotional in deinem Gedächtnis gespeichert. Nur die Sachen, die dir irgendwie wichtig sind. Das ist halt die, die emotionale, das emotionale, der emotionale Speichervorgang darin. Deswegen auch so dieser alte Witz, oder keine Ahnung, ob das ein Witz ist oder so. Aber Männer, Männer oder beziehungsweise Frauen merken sich den Hochzeitstag und was auch immer, den Tag, an dem sie ihren Ehemann kennengelernt haben und so weiter. Und Männer vergessen das, aber Männer erinnern sich noch daran, wie vor zehn Jahren ihr Verein gegen den Rivalen verloren hat. Mit welchem Ergebnis und wer der Schiedsrichter war und so weiter. Weil das halt entsprechend ihnen emotional wichtig war. Aber der Tag, an dem sie ihre Freundin, Frau kennengelernt haben, ist halt nicht emotional wichtig gewesen. Für die Frau halt schon. Unbekümmertheit ist genau dann dieser Weg dahin. Also, so emotionalen Unabhängigkeit. Ja, das geil, das wirklich, das was so geil ist, was mir dann Freude bereitet, sind dann diese wirklich diese ganz kleinen Schlüsselmomente, von denen dann die Männer berichten, wenn, ja, wenn sie dann der Frau zum Beispiel einfach ein wunderschönes Kompliment gegeben haben und die Frau für sie noch sehr überraschenderweise ultra positiv reagiert hat und sie dann davon berichten, wie sehr sie strahlen, wenn sie davon erzählen, dass die Frau ja, nicht, nicht schreiend weggerannt ist, sondern sich mega gefreut hat auf dieses tolle Kompliment von ihm, weil sie gespürt hat, dass er das aus der Güte seines Herzens gegeben hat, in Leichtigkeit, in Unbekümmertheit. Es war wirklich, es lag ihm wirklich auf den Lippen, er musste es loswerden, er hat nichts gebraucht und daraus entstehen mega schöne Geschichten. Ich komme ja gerade wieder aus Florenz zurück und einer unserer Teilnehmer, Maurice, hat eine so wunderschöne Geschichte geschrieben und der Mann, der hat eine taffe Geschichte hinter sich, eine richtig taffe Geschichte. In der Kindheit, Jugend, viele Momente gehabt, in denen die Eltern ihm einfach nicht erlaubt haben, seine Gefühle zu zeigen und ihn sogar dafür bestraft haben, Gefühle zu zeigen. Und er kam auch damals zu uns und war relativ still, leise und hat einfach seine Stimme nicht wirklich zum Ausdruck gebracht. Und wie verrückt ist das für jemanden, der noch nie eine Frau geküsst hat, mit einer Frau geschweige denn, mit einer Frau auf einem Date war, der einfach Probleme hatte, mit Frauen zu reden, innerhalb von drei Tagen es geschafft hat, wildfremden Frauen, die er wildhübsch fand, wo er gedacht hat, da ist irgendwas, ich muss ihr das einfach sagen, ihr Komplimente zu geben, dass diese Frauen sich so gefreut haben, dass es ihm das wiederum so viel Selbstbewusstsein gegeben hat, strahlend aus der Situation rausgelaufen ist und dass er dann mit einer Frau sich verabredet hat, an dem Aussichtspunkt, von dem ich schon so oft erzählt habe, in Florenz, dem Piazzale Michelangelo, dass sie sich dort treffen und gemeinsam den Sonnenuntergang angeschauen werden. Und natürlich, die ganzen Zweifel kamen wieder, diese typischen Zweifel, alle Männer kennen das, sie wird sowieso nicht kommen, ich schreibe ihr und sie wird mir sowieso nicht antworten. Was sollte sie schon an mir finden? Der Gedanke war schön, aber ich sollte mir jetzt erst gar keine Hoffnungen machen, weil ich sowieso nur enttäuscht werde. Und dann war er da oben und hat sie geschrieben und dann hat sie ihn angerufen. Hat gesagt, ich bin da, wo bist du? Seh dich nicht. Auf einmal sehe ich seinen Kopf, wie er sich hochguckt, überall guckt und ich so, was ist los? Sie ist hier, sie ist hier, sie ist hier, wo ist sie denn? Dann schauen wir gemeinsam, haben sie gefunden und dann haben sie sich nebeneinander gesetzt und dann hat sie ihm erzählt, dass sie ihm schon die ganze Zeit Nachrichten geschickt hatte, aber keine Antwort von ihm bekommen hat. Sie hat ihm wohl SMS-Nachrichten geschickt und aus irgendeinem Grund, wegen, keine Ahnung, weil das halt unterschiedliche Netze waren beziehungsweise sie halt ein ausländisches Handy hatte, ausländischen Vertrag, kam das nicht an und sie hat ihm das beweisen wollen. Sie hat gesagt, guck mal, nein, wirklich, wirklich hat sie ihr Handy rausgeholt und gezeigt, wie sie diese SMS, die sind abgeschickt und der war total erstaunt, total überrascht und dann saßen sie da, haben den Sonnenuntergang angeschaut und er ist mit ihr in die Tiefe gegangen, hat ihr Fragen gestellt, sie hat ihm Fragen gestellt über ihre tiefsten, innersten Wünsche, Bedürfnisse und Kindheitserfahrungen. Mega, mega schön und das wäre nicht möglich gewesen, mein Lieber, wenn er oder du oder alle anderen Männer, die sich diese Zweifel machen, dass sie nicht gut genug sind, nicht gesagt hätten, ich vertraue jetzt auf den Prozess, es geht nicht mehr um das Ergebnis. Ich muss nicht gut sein. Gut genug ist sowieso ein Begriff, den kann ich mir kaum vorstellen. Ich weiß dann im Retrospektive, dass ich gut genug bin, weil offensichtlich zeigen mir das die Ergebnisse. Aber es geht jetzt einfach nicht mehr um mich. Ich muss nicht mehr, es geht nicht mehr um mich, ich, 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 in meinem kleinlichen, kleinen Ego, wo ich denke, dass die ganze Welt sich um mich dreht und um meine ganzen Fehler und alle mich auslachen werden und nicht der Zentrum der Welt bin, der ganzen Ridicule, also wo Menschen dann mit dem Finger auf mich zeigen, was für ein Loser ich doch bin. Ne, es geht jetzt mal nicht mehr um mich, ich bin jetzt mal kein Narzisst, sondern es geht jetzt mal um sie und sie hat es verdient, dass ich ihr jetzt den Tag bereite, dass ich ihr den Tag versüße, dass ich ihr ein tolles Kompliment mache und wenn sie mich dann anguckt, als wäre ich der größte Verrückte, soll sie das machen. Aber es geht nicht um mich, es geht darum, dass ich etwas gesehen habe, was ich wertschätze und das muss ich loswerden. Und was gibt es Schöneres wertzuschätzen, als das, was du dir die ganze Zeit wünschst? Eine tolle Frau an deiner Seite. Wenn wir das nicht wertschätzen können, was wir uns wünschen, warum sollten wir es dann bekommen? So funktioniert die Welt nicht. Ich hätte gerne ein höheres Gehalt, aber eigentlich scheiße ich auf das höhere Gehalt. Warum solltest du dann ein höheres Gehalt bekommen? So funktioniert das nicht. Wenn wir die Dinge schätzen, dann sehen das auch andere Menschen, dann tun wir auch mehr dafür, wir sind intrinsisch motivierter, es zu tun. die Welt sieht, dass wir das aus einer guten Intention heraus machen, nicht aus Egoismus, sondern weil wir einen Beitrag leisten möchten, weil wir ein Teil des Apparats sind, der diese Welt zusammenhält und wir tun etwas Gutes für andere und das wird belohnt. Es wird belohnt, nicht immer, natürlich nicht, aber es geht nicht um jetzt gerade belohnt, es geht um den langfristigen Prozess. Langfristig. Das ist ja auch der falsche Fokus. Wenn wir sagen, ich mache das, um jetzt hier belohnt zu werden, dann bin ich ja nicht im Geben, dann bin ich per Definition im Nehmen und dann ist das genau das Gleiche, wie wenn ich sage, ich habe dies und das verdient und die Welt muss mir jetzt endlich mal geben, was ich verdient habe und dann sind wir einfach auch derjenige, der einfach Menschen abstößt. Das ist eine ganz, ganz nicht so gute Energie, tatsächlich, diese Nehmer-Energie. Oh, ich habe noch eine Geschichte zu erzählen, Dominik. Du hast mich ja vorhin über Geschichten von Florenz erzählt und die habe ich dir noch nicht erzählt und ich behalte mal die Namen für mich, weil sonst könnte er vielleicht wiedererkannt werden. Ich weiß nicht, ob er das möchte. Also, einer unserer Teilnehmer, der vor drei Jahren bei uns im Coaching in der Flirtmasterclass begonnen hat, hatte einen Bruder und dieser Bruder kam dann ebenfalls zu uns ins Coaching, halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später und das war sein älterer Bruder, der später kam und dieser ältere Bruder hat, den habe ich jetzt wieder gesehen in Florenz, drei Jahre her, dass wir zusammen gearbeitet haben und er war dort und er hat eine witzige Geschichte erzählt, er hat erzählt, wie er zu uns gekommen ist und er hat gesagt, sein kleiner Bruder war immer schüchtern, hatte nie eine Freundin gehabt, war nie gut mit Frauen und immer gezockt und war einfach viel zu Hause und auf einmal konnte er gut mit Frauen umgehen, hatte irgendwie Dates und hat sich ständig getroffen und ist ausgegangen und hat Frauen getroffen und hatte eine Freundin und keiner hat gecheckt, wieso. Eltern, er, alle waren so, warum kann er auf einmal so gut mit Frauen umgehen, was ist passiert? und dann hat sein kleiner Bruder ihm irgendwann gesagt, weil er einfach bei ihm gesehen hat, bei ihm hat es auch nicht geklappt, dann hat irgendwann sein kleiner Bruder etwas Krasses zu ihm gesagt, er hat gesagt, wenn du jetzt nicht was veränderst, dann wirst du ein ganz trauriger, verbitterter alter Mann werden und er war erst mal, erst mal hat es ihn zurückgeworfen und er hat gedacht, mein kleiner Bruder sagt mir das, was fällt ihm ein, aber er wollte ehrlich sein und er hat erkannt, okay, irgendwie hat er recht, es ging ihm zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gut. Wie schlecht es ihm zu diesem Zeitpunkt ging, das hat er zu dem Zeitpunkt, als er mir das erzählt hat, noch gar nicht anläuten lassen. Dazu komme ich gleich. Und dann hat sein kleiner Bruder ihm gesagt, es gibt da was, was du machen kannst. Ja, melde dich bei denen. Geh zur kostenlosen Flirt über eine Karasmanalyse. und so kam er mit uns in Kontakt und so kam er dann später auch ins Coaching und da hat sich dann so viel getan bei ihm. Er hat angefangen, wieder Lebensfreude zu verspüren, mit Frauen zu flirten und nicht nur von der Ferne aus zu begaffen, mit Frauen auf Dates zu gehen, mit Frauen zu schlafen, zum ersten Mal in seinem Leben, wirklich mit tollen Frauen, auf die er richtig krass stand, wo er gedacht hat, die sind außerhalb einer Liga, zu schlafen und Beziehungen zu beginnen und eine Freundin zu haben. Und all das hat er erlebt in diesen Monaten und Jahren nach dem Coaching. Und dann waren wir an diesem Piazzale Michelangelo, an dem Aussichtspunkt, wo dann wieder alle saßen und alle hatten ihr Date neben sich. Statistik intakt. Und dann sagt er zu mir, weißt du eigentlich, wie viele Männer du glücklich machst? Und ich erzähle das jetzt nicht aus Selbstbeweihräucherung, sondern weil ich das nicht ganz gecheckt habe, woher das kommt und warum er das sagt. Es war schon emotional für mich. Ich denke dann halt direkt und habe ihm dann erzählt, Alter, ich denke meistens an diejenigen, die ich nicht helfen kann. An die denke ich Tag ein, Tag aus. Was ist da der Ansatz? Wie kann ich ihn doch erreichen? Und so weiter. Gibt es ja auch immer wieder Männer. Das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen. Andi ist da intern. Macht sich sehr, sehr, sehr den Kopf. Ja, und ja, aber er sah so happy aus. Er hat sich auch gefreut wegen Maurice. Er hat gesagt, es ist so geil, es ist so geil, er hat sich so gefreut von Maurice, der gerade da gehockt hat mit seinem Date. Und am Ende des Workshops haben wir unsere Einzelfeedbacks gehabt und dann einmal fängt er an zu weinen. Und was ist denn los? Und dann erzählt er vor drei Jahren, als er das Coaching begonnen hat, dass es ihm da richtig dreckig ging und anderthalb Monate bevor er das Coaching begonnen hat, stand er an einer Brücke und wollte springen. Und das hat er anscheinend richtig ernst gemeint. Es war nicht einfach nur so ein verzweifelter Hilfeschrei oder sowas, sondern der wollte es eigentlich beenden. Und das war der Moment, wo also das war der Zeitpunkt, wo sein Bruder ihm gesagt hat, du musst was machen, sonst wirst du zum verbitterten alten Mann. Und er hat uns diese Flirt-Tipp- und Charisma-Analyse, also ihm unsere Flirt-Tipp- und Charisma-Analyse ins Herz gelegt. Und das war der Grund, warum er dann etwas geändert hat. Und ja, und hat da gesagt, wie gut es ihm jetzt halt geht. Und auch da wieder in Florenz, also mit mit einer Frau, seine eigene Beschreibung, absolute Traumfrau, die er niemals gewagt hätte anzusprechen, mit der ist er mit der ist er nach Hause gegangen und hatte einige einige Kratzer am Hals von von der Nacht, weil sie anscheinend doch wilder war, als er sich das vorgestellt hat. Und er hat gesagt, es geht ihm so gut, er ist so happy und dafür hat er sich einfach bedankt. Und das wollte ich euch einfach erzählen, das hat mich dann doch sehr, sehr berührt. Und bin ich auch stolz drauf, bin ich auch echt happy, dass ja, dass wir da echt auch Männern helfen, denen es so dreckig geht, dass sie sagen, jetzt habe ich wieder einen Sinn im Leben und nächster Step ist die Partnerschaft fürs Leben. Das ist mega geil, mega geil. Ja, genau. Du weißt, wen ich meine. Oder? Ja, ich weiß, wen ich meine. Ja. es ist einfach, es ist, mir geht das Herz auf, dabei diese Geschichten zu hören, das zu sehen, Männer, ihr kriegt das hin. Auch wenn du jetzt gerade glaubst, du, der das gerade hörst, ja, bei mir, bei mir ist das so schlimm. Ich kriege das auf gar keinen Fall hin. Oder was auch immer, bei mir ist der Zug abgefahren. Oder, 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 was du dir auch immer, was dein Ego dir einfach da reinredet. Das bist nicht du, diese Gefühle, die du hast von Verzweiflung, von mir aus Depression, von mir aus Schuld oder Scham, dass du nicht gut genug bist oder dass du fehlerhaft bist. Das bist alles nicht du. Das warst nie du. Du bist viel mehr als das. Du bist, du bist größer als das. Du bist Liebe, du bist Freude. Du bist Anziehung. All das bist du. All diese Gedanken, die du hast, diese niedrigen, schwingenden Gefühle, die du hast, das bist alles nicht du. Das ist alles eine Illusion und das ist alles veränderbar. Das ist alles vergessbar und das größere Selbst, was in dir steckt, das ist so nah, das ist greifbar. Ja, Mann. Und das ist ja das Ding, Mann. Schrödingers Katze, ihr kennt alle das Experiment. Die Katze lebt gleichzeitig und sie ist gleichzeitig tot. Wir sind gleichzeitig, sind wir die größten Verlierer, die wir sein könnten und wir sind die größten Gewinner, die wir sein könnten. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, wozu wir uns entscheiden. Und die wenigsten wissen, wissen, dass sie sich entscheiden können. Es liegt nicht mal daran, dass sie zu faul sind oder keinen Bock haben oder nicht an sich glauben. Sie wissen einfach nicht, dass es eine Entscheidung gibt. Sie denken, es gibt keine Entscheidung. Der Pfad ist schon vorgetrampelt. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Alle anderen sind den Weg gegangen. Dann muss ich den wohl auch gehen und werde halt einsam oder werde unzufrieden. Nein, 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 nein. Das ist nicht der Weg, der für dich vorbestimmt ist. Bullshit. Ob du jetzt an Bestimmung glaubst oder nicht, der ist definitiv für dich vorbestimmt und wenn er für dich vorbestimmt ist, dann mach eine neue Bestimmung. Weil die Entscheidung, die liegt genau da drin, was wir tun, um unsere Situation zu bestimmen. Was wir tun. Und wenn du eben, deswegen reden wir immer wieder von dem Prozess und nicht von diesem Ergebnis. Ich muss hier alles richtig machen. Wenn wir den Prozess als Ganzes sehen, dann verstehen wir auch, dass wir die Summe unserer Entscheidungen sind, die Summe unserer Handlungen und nicht dieser eine Fehler, der uns definiert. Oder dieses eine Mal, wo es so peinlich war. Oder ich hatte eine richtig schwierige Situation. Ich habe schon fünf richtig krasse, krasse, krasse Schicksalsschläge gehabt. Okay, cool. Die sind in der Vergangenheit. Die Vergangenheit bestimmt nicht unsere Zukunft. Und wenn du sagst, ich bin hier, um ab sofort eine schöne Geschichte zu schreiben und das, was in der Vergangenheit liegt, ist ein Teil meiner Vergangenheit. Ich werde das nicht verleugnen. Aber es ist nicht zwangsweise ein Teil meiner Zukunft. Ab jetzt schreibe ich eine schöne Geschichte. Ich werde jetzt nicht anfangen, die ganze Zeit diese alte Story, mir immer wieder vorzukauen, 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 weil dann wird sie zu meiner Zukunft. Dann ist das im Fokus und dann wird das zur Zukunft. Wenn wir aber sagen, nein, neuer Cut, ich mache es jetzt besser und ich bin die Summe meiner Entscheidungen, die Entscheidungen, die fußen dann auf den Handlungen und diese Handlungen sind, wenn wir sie kumulieren, Gewohnheiten. Und da wird ein Schuh draus. Darum arbeiten wir mit euch an unseren Gewohnheiten. Die Gewohnheiten, die wir tagtäglich an den Tag legen. Die schon anfangen, mit wie du morgens aufstehst, mit welchem Fuß du quasi den Fußboden berührst, ob du mit Freude und Leichtigkeit zur Arbeit gehst, ob du dort noch einen kleinen Schritt mehr machst, ob du auf Leute zugehst, ob du, wenn du mit Leuten redest, deinen emotionalen Wert in die Unterhaltung mit einbaust, ob du unabhängig dann reagierst beziehungsweise erkennst, wenn du nicht unabhängig reagierst und dann sagst, hier muss ich aufpassen. Und dann eben auch das Ganze mit Frauen zu einem wunderschönen Kapitel deines Lebens bestreitest. Das sind Gewohnheiten. Das sind Gewohnheiten und die kannst du lernen, die kannst du üben, auf denen kannst du aufbauen, Schritt für Schritt. Ich habe vorhin über die Weisheit der Alten gesprochen und apropos Alten, ich war gerade in den Alpen, nicht in den Alten, sondern in den Alpen und bin da sechs Tage marschieren gegangen mit Kevin, also einem unserer Coaches, und zwei meiner Bundeswehrkameraden, also ich war ja früher in der Bundeswehr und wir haben das früher immer einmal im Jahr mindestens gemacht, dass wir irgendwas Soldatisches getan haben. Tafmada, mehrere Tafmada auch schon gemacht oder eben ein Marsch und es ist lang her, wir haben es schon länger nicht mehr gemacht und alles klar, dann mussten wir ein bisschen aufholen, also haben wir gleich sechs Tage draus gemacht und sind die Ligurischen Alpen von Piemonte, Limone, Limone Piemonte runter bis nach Ventimiglia, also das ist ein Dorf in der Nähe von Nizza auf der italienischen Seite, die Alpen da entlang gelaufen und mal wieder kamen diese ganz normalen Zweifel bei mir im Kopf, dieses, ich fack das nicht, Alter, warum mache ich das überhaupt, warum mache ich das, fack, fack, fack. Und wir sind jeden Tag acht bis zehn Stunden gelaufen und haben insgesamt, es hört sich nicht viel an, wir sind insgesamt 116 Kilometer gelaufen, davon 5000 Höhenmeter hoch und 6000 Höhenmeter runter und diese Zweifel, dieses, Alter, was mache ich da, was mache ich da, das ist zu heftig, natürlich mit vollem Gepäck, alles was wir dabei hatten, Verpflegung, Übernachtung, alles da drin und das, was mich auf dem Pfad behalten hat, auch schon während der Bundeswehrzeit und sowieso erst recht in meiner langen Phase des Lernens, wie ich mit Frauen umgehen soll, wofür ich mich ja, wie ich euch ja auch schon mehrmals erzählt habe, mir ganze fünf Jahre mindestens vorgenommen habe, dass ich das jetzt lernen möchte, weil ich eine Situation nach der anderen erlebt habe, wo Frauen mir gesagt haben, du, Andi, ich sehe dich nur als Freund oder auch, Andi, süß, aber nee, wir sind nur Freunde und ich gesagt habe, das will ich jetzt checken, das will ich jetzt lernen, das will ich jetzt verstehen und ich habe da so viele Körbe und peinliche Situationen erlebt, dass so viele Male hast du noch nicht mit Frauen gesprochen in deinem Leben, wie viel ich schon auf die Schnauze gefallen bin mit Frauen und ich habe damals genau dasselbe gesagt, was ich in der Bundeswehr gesagt habe und was ich jetzt in den Ligurischen Alpen gesagt habe, Schritt für Schritt, ich muss nur einen Schritt weiterlaufen, nur einen Schritt weiter, das war es, mehr muss ich nicht machen und sobald der Schritt getan ist, Alter, ich muss nur einen Schritt weiterlaufen, nur einen Schritt weiter, immer wieder genau dasselbe, nur einen Schritt weiter und diese Weisheit, dieses Schritt für Schritt, das kennen wir und wir sagen, ja, ja, okay, es ist so ein Spruch, ja, Schritt für Schritt, klar, Schritt für Schritt, aber ich meine, es ist gerade tough und es ist anstrengend und warum überhaupt und bla, 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 bla. Das Ziel ist noch so weit entfernt. Ja, wir sind Experten darin, Weisheiten zu hinterfragen, weil wir faul sind oder weil wir nicht sehen, dass wir auch dazu fähig sind, Großes zu erreichen. Wie gesagt, die Entscheidung, wir sind nicht mal bewusst, dass wir eine Entscheidung haben und dann sagen wir, diese alten Weisheiten, die gelten nicht für uns, die gelten nicht für unsere Situation. Nein, mein Lieber, die gilt für deine Situation, die gilt für dich, die gilt für dich genau jetzt, Schritt für Schritt. Du musst dich den ganzen Berg erklären. Diese Weisheit gibt es nur wegen dir. Diese Weisheit wurde damals nur deinetwegen erschaffen. Ja. Hör auch drauf. Wir müssen nicht den ganzen Berg erklären. Wir müssen jetzt nicht, wenn die Frau dich anlächelt am Arbeitsplatz, dann musst du nicht sie heiraten. Das ist so weit entfernt. Das ist nicht, was du jetzt erledigen musst. Schritt für Schritt. Schritt, okay. Zurücklächeln. Ha. Diesmal hat sie weggeguckt. Okay, alles klar. Was mache ich nächstes Mal? Zurücklächeln. Hi sagen. Schritt für Schritt. Zurück sagen. Zurücklächeln. Hi sagen. Wie geht es dir? Fragen. Schritt für Schritt. Und so gibt es tausend Situationen, wo wir immer wieder neue Schritte gehen können, die aufeinander aufbauen, wo du einen Prozess hast, dem du vertrauen kannst, einen Leitfaden, der nachweislich funktioniert, wie du hier sehen kannst, und dem du einfach nur für die nächsten drei Monate dich verpflichten darfst und sagen darfst, ich ziehe das durch. Ja, es wird taffe Momente geben. Ist mir scheißegal. Ich bin es mir wert. Ich bin es mir wert. Und es kostet Geld. Ja, ich bin es mir wert. Ich werde dafür Geld ausgeben. Ich werde dafür meine Zeit investieren. Ich nehme das genauso ernst, wie die Jungs das ernst nehmen, weil wir nehmen das sowas von wichtig. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann wird da auch ein Schuh draus, eben weil schon immer alles in dir gesteckt hat. Nicht, weil dir etwas gegeben wird, was du noch brauchst, sondern weil du realisierst, wie viel schon längst in dir gesteckt hat. Und dass es nur diese Entscheidungen war, die aufeinander aufgebaut haben, die dann zu Gewohnheiten wurden, die bestimmt haben, wer du bist. Und genau jetzt können wir da eine Trennung machen und du entscheidest dich neu. Der Weg beginnt mit dir. Und die schöne Geschichte, die du dabei schreiben kannst, mit einer Frau, mit der du den Rest deines Lebens zusammen verbringen möchtest, die beginnt jetzt. Die nächste Frau, die du triffst, muss sie nicht mal sein. Vielleicht ist die nächste Frau, die du triffst, vielleicht ist die nächste Frau, mit der du zusammenkommst, die nächste Frau, mit der du auf einem Date bist, nur ein weiterer Schritt entlang dieser Reise. Und das ist kein Disrespekt der Frau gegenüber, weil du für sie genauso nur einen Schritt auf ihrer Reise bist. Und manchmal sind wir auf Reisen, die kurz konvergieren, wo wir respektvoll Hallo sagen, eine schöne Zeit gemeinsam verbringen und dann divergieren die Wege wieder. Das ist okay. Nichts damit zu tun, dass wir dann den Menschen nicht schätzen. Das ist okay. Oder dass wir einen Fehler gemacht haben und diese Frau nicht halten konnten oder was auch immer. Ich sage es immer wieder, die Männer, die Probleme damit haben, auf Frauen zuzugehen, Frauen Hallo zu sagen, das sind auch die Männer, die damit Probleme haben, eine Frau zu verabschieden, auf Wiedersehen zu sagen, sich zu bedanken und zu sagen, ist okay. Das geht Hand in Hand. Das erste Kapitel und das letzte Kapitel geht Hand in Hand, weil alles funktioniert in Kreisläufen. Und diese Geschichte, die beginnt jetzt, wenn du sie mit uns gehen willst, dann brauchst du dafür einfach nur auf www.flirtanalyse.de zu gehen. Schau dir dort das Video an, klick dich durch, lies dich durch, erfahr, wie diese kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse genau aussieht. Und wenn du sagst, Alter, das ist ein mega geiles Angebot, das möchte ich gerne wahrnehmen, dann trag dich ein für deine kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Link findest du auch in der Beschreibung. Alter, ich sehe hier gerade 59 Minuten, 42 Sekunden. Das ist zwar nicht das, was du da siehst, wenn du die Folge gerade schaust, aber das, was ich gerade sehe in der Aufnahme, vielleicht ein guter Zeitpunkt, um hier einen runden Cut zu machen. Also, vielen Dank, dass es dich gibt und dass du für Frauen ein Geschenk sein willst. Lass es uns machen, lass für Frauen ein Geschenk sein. Und dann können wir alle noch so viele schöne Geschichten schreiben, an die wir uns mit einem lächelnden Gesicht irgendwann zurück erinnern werden und sagen werden, Alter, geiles Buch, das ich da beschrieben habe. Also, war vorsichtig. Ciao, ciao, monstecks. Ciao, Ciao, Stefanisch,